Jawoll! Und da ist die Dampflok! Sieht einfach gerade aus. Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer kleinen Folge von Paluten vs. Abonnenten. Das bedeutet, dass ich ungenickt ein wenig gegen meine Leute hier zocke. Und das ist auch schon Paluten. Und welcher Spielmodus ist da besser geeignet als One-on-One auf den Teamulia-Servern? Ich werde hier auch schon ein bisschen verfolgt und herausgefordert. Und wir nehmen das gleiche Prinzip, wie ich das immer in den Streams mache. Und zwar werde ich Leute herausfordern und wer als erstes 5 Matches gewinnt, der ist dann letztlich der Sieger. Entweder ich oder eben meine Abonnenten. Und da würde ich doch mal spontan sagen, wir gucken mal hier, klicken hier, zack! Da ist der erste Gegner und wir zocken, glaube ich, mit seinem Kit. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Oh oh, was haben wir denn hier alles so? Silk Touch? Okay, wow, Power 5? What the heck? Wir haben hier auch ordentlich Protection da drauf. Der kommt hier schon, der alte Schlawiner. Warte mal, ich esse meinen Äpfel. Mjam, 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 mjam. Bitte töte mich nicht. Ha! Ja, ich kann ja auch. So, jetzt, jetzt, oh. Der will mich hier natürlich einkesseln. Das lasse ich natürlich nicht zu. Da fliegt er auch auf jeden Fall schon mal weg. Da kommen wir jetzt hier endlich mal raus. Krass, wir können ja auch höher jumpen. Wie cool ist das denn? Zack. Boing. Okay, jetzt müssen wir hier natürlich gucken, Alter. Da gehen wir jetzt drauf. Drauf, drauf. Und, und, jetzt kommt natürlich das krasse Battle. Aber, komm, da haben wir normalerweise immer die Vorteile, wenn wir mit dem Kopf durch die Wand, mit dem Kopf durch die Wand. Nein. Komm, weiter, weiter. Immer drufter. Immer drufter. Der kann nix. Der kann nix. Aber, der kann doch schon was. Aber, jawohl. Genau, mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. Weil, jetzt gehe ich mal in die Ecke. Und gönn mir mal selber ein paar Tränke. Ja, ja, ja. Spam mich ruhig zu. So, und jetzt hier. Komm, 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 komm. Schön springen, schön springen. Der will immer schön mit dem, mit dem Bogen da rangehen. Boah, der muss doch mal irgendwann down gehen. Komm, komm, komm. Jawohl. Dreieinhalb Herzen. Und jetzt steht es, logischerweise, 1 zu 0 für mich. Und, ähm, ja, wenn ich jetzt noch vier Matches gewinne, dann habe ich letztlich insgesamt gewonnen. Sollte ich jetzt allerdings fünfmal verlieren. Ja, gut. Hallo. Gut, guten Tag. Ich bin, wie gesagt, auch nicht genickt. Die Leute können mich hier... Komm, du warst der Erste. Boah, was ist das denn für ein Kid? FY Damage. Okay. Das sieht interessant aus. Man hat extrem viele Äpfel und startet scheinbar auch mit einem Apfel-Intus. Okay, der kommt da jetzt schon. Wieso kann man denn immer, immer so hoch springen? Was haben die denn... Uah, alle für Kids. Ich esse einen Apfel. Warte, kurz Klebo. Kurz Klebo. Oh, das war ein schöner Trevor. Da springe ich hier natürlich jetzt total drauf hier. Oh. Oh, jetzt muss ich kurz mal weg hier. Bisschen Heal. Okay, bisschen Heal hört sich gut an. Cool, dass er das so benannt hat. Warte mal, ich esse da nochmal einen Apfel. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Leute, die da den Chat teilweise immer so ein bisschen zuspammen. Oh, das war gar nicht so schlecht. Jetzt bin ich natürlich hier unten dran. Oh, was war das denn gerade für ein Lag? Oh nein. Nein, Ed. Oh, richtig gut gemacht. Und dann killt er mich. Da sieht man natürlich mal wieder. Das gebe ich auch gerne zu, weil ganz oft werde ich dafür zu Recht kritisiert. Aber ich weiß es auch selber, dass ich jetzt nicht der beste PvP-Spieler der Welt bin, wenn es um Sachen geht, wie zum Beispiel Lava platzieren und sich dann zu löschen und all den Krimskrams. Da bin ich... Ich bin halt einfach wie eine Dampflok. Ihr müsst das vergleichen. So eine Dampflok, die einfach so seine gerade Strecke losfährt. So, es steht jetzt 1 zu 1. Oh nein. Ein Soup-Kit. Oder? Fishing Rod? Oh Gott. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, ich kann doch nicht mit der Angel. Okay. Komm her, Alter. Ich kann ja auch mit der Angel. Patz! Oh Gott, das war gerade richtig schlecht. Ich werde auch verlieren. Es sei denn, ich kriege ihn nochmal. Nein! Wie oft hat er mich denn... Wie viel Leben hatte er noch? Der Gegner hatte noch vier Herzen. Wow. Okidoki. Ist hier irgendwo vielleicht ein Paluten-Skin? Gegen die kleinen Schlawiner spiele ich natürlich immer gerne. Okay, du kommst dem Ganzen am nächsten. Just Niggi. Okay. Oh, hier müssen wir uns sogar direkt equippen. Es ist cool, die Sachen zu sehen, aber... Ich werde jetzt nicht... Nein, 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 nein. Ich gebe dir nicht die Chance zu entschaden. Oh, oh. Habe ich irgendwas um mich? Nein! Oder falle ich ins Wasser? Und dann sterbe ich. Och, die Leute. Jetzt sieht es natürlich nicht so gut aus. Aber dann wären wir hier. Gegen dich möchte ich spielen. Spiel gegen mich. Nein, er ist weg! Okidoki, jetzt steht es... 2 zu 1. Weil ich mich nicht verrechnet habe. Ja gut. Eigentlich steht es jetzt 3 zu 1. Irgendwie habe ich mich da im Eifer des Gefechtes verzählt. Ich bin halt ein Schusselkopf, Leute. Seid mir bitte nicht böse. Komm schon. Also, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit dem Video. Und es geht ja darum, ein bisschen gegen Abonnenten zu zocken. Und da der eine lose... Tut mir leid. So, okay. Gegen... Wer will Beef? So, jetzt wird Peter mal ein bisschen... Sich ein bisschen konzentraten hier. Müssen wir mal drauf da. Mal ein bisschen konzentrieren. Weißt du? Komm her, Alter. Komm doch her. Komm, da tippt es doch nicht. Jawohl! Und da ist die Dampflok. Sieht einfach gerade aus. Da sind wir dabei. Oh, hier ist ein Piebesel. Da steht 2 zu 2. Es kann... Nein. Ist das, was mich instant heilt? Warte mal. Subkit? Mal gucken. Ist er da? Team Crap? Nee. Nein. Oh. Mal gucken. Hä? Okay. Oh Gott, oh Gott. Warte mal. Jetzt teste ich mal. Ja, es ist ein Subkit. Oh, nö. Okay. Da subpt er schon. Aber der kommt dann nicht mehr raus aus der Falle. Oh, jetzt muss ich selber soupen. Und da ist er down. Habt ihr das gesehen, Alter? Da kommt der... Verdammt. Ich möchte doch mal so ein Subkit. 3 zu 2 steht es jetzt. Da habe ich ihn natürlich auch in einer guten Position erwischt. Wir fordern jetzt selber mal so ein bisschen heraus. Oh, jetzt kommt. Das ist wirklich meine Schwäche. Aber das werde ich jetzt diesmal... Diesmal... Komm, komm, komm. Habt ihr das gesehen, Alter? Die Angel. Die Angel-Kombo. Oh, what? Wieso? Ein halbes Herz hat er noch. Das sieht man. Das 3 zu 3. Alter Schwede. Okidoki. Zack. Nehmen wir hier irgendjemanden wieder. Der will gegen P. Dissel kämpfen. Hallo? Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Da bist du, Hayek. Ich möchte gegen dich spielen. Der freut sich dann bestimmt. Ich meine, der hat ein... Bitte. Ich möchte gegen Karem Tabs. Karem. Eh. Wo ist er? Ok, warte mal. Jetzt brenne ich aus irgendeinem Grund. Ja, Leute. Ich... Oh. Wir spielen nicht gegen ihn, oder? Ne. Oh, das wird natürlich jetzt ein bisschen... Ah, egal. Geht okay. Ich dachte, er geht nach links. Ok. Äh, du willst ja mit der Lava, Alter. Zack. Und da brennt er. Oh, er kann sich aber gut schnell löschen. Ok. Da sammelt er selber nochmal die Pfeile ein. Ok. Ok, das ist... Das könnte jetzt sogar schon der Matchball sein. Aber ich würde ganz gerne nochmal... Vielleicht ist er noch da. Karem. Oder Kareem. Ich hoffe, ich habe seinen Namen überhaupt... Taser! Hi. Zack. Sei doch bitte da. Sei da. Fordere mich heraus. Nimm dein Schwert in die Hand. Ich würde super gerne gegen dich kämpfen. Komm schon. Der Finalkampf, Bro. Bitte, 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 bitte. Wo ist er denn? Ah, egal. Es tut mir leid, Kareem Taps. Ich würde es... Ich würde es wirklich sehr, sehr gerne tun. Oh. Nur ein Eisenschwert? Nichts weiter? Ok. Schon wieder Tim Craft. Ok. Das kommt natürlich jetzt die Entscheidung. Ok. Jetzt brauche ich ein bisschen... Ein bisschen Low Ground. Low Ground. Oh, ich treffe nichts. Jetzt aber. Komm, komm. Die Kombo, die Kombo. Jawohl. Und da ist der Sieg. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich glaube zumindest, dass es jetzt 5 zu 3 steht. Aber ach, komm, ey. Da machen wir nochmal... Machen wir nochmal ein paar Runden. Zack. Wer will nochmal? Oh, hier ist wieder dieses... Cooked Porkchop. Bisschen Heal. Ah, das Kit hatten wir auch schon. Das ist ja wieder gegen den. So, jumpen hier mal wieder. Mal weiße. Aua. Eh. Oh, der hat, glaube ich, ganz gut gesessen. Jetzt dürfen wir ihn natürlich gleich nicht weglaufen lassen. Wir kämpfen mit dem Dingens. Wie dumm sind wir denn? Hör auf. Okay, danke für den Heal. Den gehöre ich mir auch nochmal. Habe ich da gerade ernsthaft mit dem Bogen gekämpft? Also habe ich ihm versucht, eine Kombo zu drücken, während ich mit dem Bogen kämpfe? Das war schon nicht schlecht. Oh, das war schön. Wo habe ich denn meine Lava? Ja, dann komm. Dann nehme ich die auch alle. Kein Problem. Kann ich eh healen. Ja, hau mir ruhig einen rein. Ey, dann kriegst du selber ein bisschen. Puts! Und da ist er down. Nun, du hast den Kampf gegen German HD 294 gewonnen. Yes. Das ist gut. Warte mal, komm. Einer geht noch. Okay, ein bisschen mit TNT. Und das zündet sofort. Warte mal, ich teste das mal kurz. Ja, zündet sofort. Okay. Man könnte probieren. Ich weiß gar nicht, ob das klappt. Ich habe... Oh, oh, okay. Er will angreifen. Komm her mit deinem blöden Bogen. Kann ich auch. Oh, Alter. Schon ganz gut getroffen. Guck mal. Wie viele Pfeile? Ach, man hat hier 30. Deshalb spammt er mich so zu. Das kann ich auch hier, Alter. Du mit deiner blöden Angel. Oh. Ah, da hat er hier rochen. Oh, aber trotzdem low ground, oder? Komm, Junge, 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 Junge. Jawohl. Sauber, Leute. Meine Damen und Herren. Es gab Höhen. Es gab Tiefen. Aber insgesamt haben wir uns, glaube ich, gar nicht so schlecht geschlagen. Also, ich muss sagen, dass ich teilweise schon ein bisschen eingerostet bin. Also, da ist noch Steigerungspotenzial. Ich weiß ganz genau, dass wieder teilweise in den Kommentaren steht so. Äh, 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 äh. Aber nur gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Wenn ihr nochmal öfter sowas haben wollt, ebenfalls. Vielleicht mit anderen Spielmodus wie Super Jump, beziehungsweise dann ja Jumpy Jump. Irgendwie sowas, weil ich mag es eigentlich super gerne, dann einfach mal ungenickt zu spielen. Aber bei Bad Wars ist es halt immer relativ schwer, weil dann wird man gefokust, dies, das. Und hier ist man wirklich one on one. Nur gut, Leute. Da ist er. Hi. Warte. Komm schon, bitte. Wieso bist du immer so oft aufgearbeitet? Mal gucken, schlägt er jetzt einmal zu? Ihr müsst nur einmal, einmal. Jawoll! Komm, das machen wir jetzt noch. Das machen wir noch. Okay, okay, bro. Schreibt er irgendwas? Ähm. Was? Please? Schreibt er. Hm? Ich glaube, er möchte. Komm. Du wolltest doch einen Screen, oder nicht? Ja. Ach, komm. Hier. Die beiden, bitte. Silz. Ich finde das auch so cool, dass er auch noch Smurf-Skin hat. Soll ich auch meine Sachen? Ich sehe leider nicht, ob er da irgendwas im Chat schreibt. Gucken. Okay, okay, los geht's. Dann gehen wir mal hier wieder zur Seite. Kannst du deine Sachen wieder anziehen? Okay, okay. Go. Okay, er greift an. Dann können wir das jetzt auch. Der hat doch getroffen, der Pfeil. Okay, okay. Jetzt in die Offensive. Dann kommen wir mit der Lava. Dann kommen wir mit der Lava. Oh, da ist er in der Lava. Und jetzt. Jetzt die Attacke. Jetzt die Attacke. Und da muss er... Ja, da ist er in der Falle da hinten. Können wir ihn jetzt schön mit so einem kleinen Bow. Und dann ins Wasser. In die Attacke. Und dann ist er down. Trotzdem GG, Leute. Das war's. Haut rein. Ciao, ciao.